Ich finde unsere Bilder paradiesisch, weil es ein Weg auf die andere Seite ist. Die Verbindung zweier Welten hin zu einer neuen, die man sich zu Hause aufhängen kann, wo man Freude, Träume, Licht, Form, Luft, Leichtigkeit hinbringen will, genießen kann. Einfach paradiesisch, oder? Einfach paradiesisch. Man sollte jede Gelegenheit nutzen, sich etwas Gutes zu tun. Ohne, dass das auf Kosten eines anderen Lebewesens geht. Sich daran freuen, wenn meine Katze auftaucht. Oder man sich zu Hause ein Bild, ein Abbild von Schönheit und Farbe an die Wand hängt. Oder hinstellt. Oder einbaut. Das sind Motive zum Leben. Bilder mit dem Wandel des Lebens. Den man in sein eigenes Leben holt und zu seinem eigenen Mann. Den man zurückdenken kann an das Paradies, aus dem man kam und in das man irgendwann geht. Ja. Gerne. Hallo. Mama! 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 Da is... Dahouse. Da ist ihm ist es echt spannend. pewno ist, in derartakulactات. Da Leahyoku? Ich finde ja, es gibt nicht nur das eine Paradies. Was denkst du? Ja, und das Paradies schafft man sich selbst. Also gibt es ganz viele. Jeder Einzelne hat sein eigenes Paradies. Ja, das ja. Jetzt stimmt es. Ich darf nicht noch mal ran. Ja.